Am 2. März starteten Schülerinnen und Schüler der fünf Berufskollegs des Kreises zu einem Sponsorenlauf, mit dem Gelder für die Typisierung möglicher Knochenmarkspender gesammelt werden sollten. Viele laufen, aber noch mehr gehen. Die Teilnehmer lassen ihren Laufzettel an den Streckenposten abstempeln. Wie ist die Bereitschaft der Teilnehmer? Die Bereitschaft der Leute ist sehr gut. Und was sagen die Teilnehmer selber? Ich laufe mit, weil es anderen Menschen hilft, wenn wir spenden. Das ist natürlich viel wert, oder? Nicht alle sind mit der geeigneten Bereifung angetreten. Da die Berufskollegs zu unterschiedlichen Zeiten und von verschiedenen Orten starten, begegnen sich die Schülergruppen häufig. Fahrradfahrer kommen nur mit Mühe voran. Wo es gefährlich werden könnte, hilft die Polizei. Die Leute, die hier mitlaufen, die Schüler, die sind sehr diszipliniert. Die Verkehrsteilnehmer, die anderen Verkehrsteilnehmer, die Autofahrer haben auch für die gute Sache viel Verständnis und das freut uns. Aber lohnt sich der Einsatz? Wir haben uns hier mit beteiligt, weil wir den Menschen helfen wollen, Spenden zu bekommen, damit sie den Gutkrebs bekämpfen können. Genau, und weil wir halt diese Typisierung an unserer Schule für die DKMS mit den Spenden dafür unterstützen wollen, dass sich jeder typisieren kann. Die Leute kommen ziemlich erschöpft manchmal an, aber manche sind auch ziemlich glücklich und spenden halt gerne Geld. Und ja, wir müssen hier halt die Stempel abstempeln und denen zu trinken geben. Also ich habe 2,40 Euro mit 8 Kilometer erlaufen. Ich habe insgesamt 20 Euro erlaufen. Schließlich wird gerechnet. Aber was ist, wenn die erlaufenden Sponsorengelder nicht reichen? Darauf hat Beate Heseker eine beruhigende Antwort. Es ist so, dass alle Schüler, die hier sich angemeldet haben, sich registrieren lassen wollen, natürlich auch spenden können. Egal, ob jetzt bei dieser Aktion genügend Geld zusammenkommt oder nicht. Sie haben auch noch andere Firmen und andere Vereine, die Gelder spenden für diesen Zweck. Ohne jetzt schon die erlaufende Summe zu kennen, ergibt sich als Fazit, keine Anstrengung ist umsonst und kein Einsatz vergebens.